Die AG für das Werbefernsehen Der Auftraggeber hatte spätestens 10 Tage vor der Erstausstrahlung die notwendige Anzahl Kopien in jeder Sprache einzureichen. In diesen Räumen schnitten erfahrene Kötterinnen jeden Tag die Spots für die einzelnen Werbeblöcke zusammen und klebten sie in der vom Computer vorgeschriebenen Reihenfolge aneinander. Das bedeutete 10 bis 12 Stunden Arbeit für die Bereitstellung der 13 Werbeblöcke, die ausgenommen sonntags jeden Abend auszustrahlen waren. Die fertigen Filmspulen wurden dann per Post an die drei regionalen Fernsehstudios Zürich, Genf und Lugano verschickt. Nach der Ausstrahlung kamen diese Filme nach Bern zurück, wo sie wieder in die einzelnen Spots zerlegt und archiviert wurden, bis man sie zu einem neuen Werbeblock zusammen montierte. Während 15 Jahren hat die AG für das Werbefernsehen nach diesem System gearbeitet. Am 31. August 1981 ist die AGW auf MAZ-Technik übergegangen, das heisst auf die Ausstrahlung der Spots ab 1 Zoll B-Standard-Videokassetten. Die Einführung dieses neuen Systems hat bedeutende strukturelle und technische Veränderungen mit sich gebracht. Diese verschiedenen Geräte dienen zur Überspielung des Sendematerials auf Videokassetten. Systematisch wird jeder für die Ausstrahlung vorgesehene Werbespot auf Kassette überspielt. Dieser Bildabtaster zum Beispiel ermöglicht es unseren Kunden, ihre Spots weiterhin als 35 oder 16 mm Film mit Lichttonspur abzuliefern. Es ist sogar möglich, die 35 und 16 mm Filme als Doppelband, das heisst mit separatem Ton auf 16 oder 17,5 mm Magnetband einzureichen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Spots direkt als MAZ abzuliefern, und zwar als 1 Zoll Videoband im europäischen B-Format oder im amerikanischen C-Format. Jeder Fernsehspot wird also in den vorgesehenen Sprachvarianten auf eine solche Kassette überspielt. Eine einzige Kassette genügt für alle geplanten Ausstrahlungen. Ein speziell dafür eingerichtetes Lager gewährleistet zudem die bestmögliche Konservierung des Videomaterials. Wie werden nun die Werbeblöcke zusammengestellt? Aufgrund des vorliegenden Sendeplans entnimmt man dem Lager alle für einen bestimmten Abend vorgesehenen Kassetten. Diese Kassetten kommen in das Video-Center, das aus zwei BCN-100 genannten Apparaten besteht. Es handelt sich dabei um zwei Multikassettenautomaten, die insgesamt 64 Kassetten aufnehmen und verarbeiten können. Sie sind somit in der Lage, alle für einen Abend programmierten Spots aufzunehmen. Die mit den Kassetten geladenen Maschinen werden direkt vom Computer gesteuert. Ist die Verbindung mit dem betreffenden Studio hergestellt, erteilt der Computer seine Befehle dem Video-Center und überträgt die Spots der verschiedenen Werbeblöcke in der richtigen Reihenfolge. Mit diesen neuen Einrichtungen wird jeden Morgen die Verteilung der Werbeblöcke vorgenommen. Die Überspielung aus diesem AGW-Studio in die drei regionalen Fernsehstudios Zürich, Genf und Lugano erfolgt ohne Zwischenaufzeichnung. Die aufgezeichneten Werbeblöcke erscheinen am gleichen Abend auf ihrem Fernsehbildschirm, ohne Qualitätsverlust. Diese Apparaturen, die besten, die sich eine Fernsehsenderkette wünschen kann, ermöglichen einen entscheidenden Schritt voran bei der Schaffung optimaler Voraussetzungen für die Fernsehwerbung. Die AG für das Werbefernsehen freut sich, damit ihren Kunden noch besser dienen zu können. Die AG für das Werbefernsehen